Wenn wir jetzt noch einmal damit fahren würden, dann wandert der einmal 180 Grad immer, ne? Ach, Freud. Wir fahren mal wieder runter. Das ist schon beeindruckend, die ganze Konstellation hier. Mich würde nur mal interessieren, wofür. Kann man einmal auftanken. Kann man sogar noch mal? Ne, kann man nicht. Ist leer. Obwohl noch ein bisschen Blutrest drinne ist. Das bringt uns hier alles keine Punkte. Gehen wir nochmal in die Richtung weiter. Hier sind wir runtergekommen und hier waren wir noch nicht. Okay. Von den Mechanismen und so mega cool und alles, ne? Ich muss jetzt nichts dagegen sagen. Ich würde so gerne wissen, was das hier mal war. Und warum komme ich hier nicht weiter? Also ich muss irgendwo so eine scheiß Kugel herkriegen. Die Frage ist, wie komme ich da ran? Also hat das hier auch nichts gebracht. Das heißt, wir müssen... Hier kann ich noch lange? Es war einfach sehr stark, dass diese Wucherungen so gewollt sind. Einfach wahrscheinlich aus dem Grund... Kann ich hier hoch... Weiß ich nicht, ob ich damit hochfahren kann. Ich probier's gleich mal. Aber die Wucherung scheint ja alles irgendwie so ein bisschen zu... Übernehmen. Mal hier. Da stehe ich einfach umsonst gelaufen. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde das nicht funktionieren. Ja. Ich habe nämlich zugesifft. Aber wir kommen hier weiter. Sooo... Atsch! einfach mal alles alles kaputt gemacht so oh nein ich wette du willst jetzt zu deinen freunden klettern wenn ich jetzt zurücklaufe hier ist doch komm komm letter zu deinen freunden rein weg keine ahnung wohin es aber augenscheinlich ist er weg das ist alles was zählt wieder ein maschinchen was macht das blut mega volle lebensblüten perfekt so geht es hier weiter ne ne hier bin ich bis jetzt noch nicht losgeworden die sind recht umgänglich die sind recht anstrengend jetzt weiß ich auch warum ich da gerade lebens scheiße gekickt habe ach ja es wird jetzt hässlich glaube ich ne war schon richtig film auf hier das andere reuten 14 weg er hat den raus geholt wieder da hat sich ja schon verkrochen gehabt es waren noch zwei oder drei vier hier ist es echt sein es ist egal ich darf wohl veräppeln ich darf wohl veräppeln den kotzen kann er auch er lebt halt immer noch ihr wollt mich doch wohl alle verarschen ach du scheiß na los mit euch spannt euch mal mit der waffe die keine waffe ist ne ich hab gesehen man muss den ins maul reinschießen mit der waffe damit es was wird ja ziehen wir halt mit dem ding ne perfekt ist der auch wieder weg freund oder feind alles klar was wir drüber geredet haben ich renne hier durch die gegend nichts böses tunt und er hat es mit dem fuß dem da ins maul treten wäre wahrscheinlich eine bessere alternative als mit dem ding hier rum zu laufen das war definitiv anders geplant hier ne die ganze geschichte die waren ja fuck off er geht mich halt in die zange ne ruhe schwer begeistert rumgekotze hier auch immer gefreut dass ich so viel ap hab ja moin am arsch ach cool eine knobelaufgabe wieder ein träumchen ich kann nur das ding bedienen dann muss ich wohl suchen Okay, jetzt ist es jetzt in Bewegung. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich einsteigen. Alles reinsteigen. Sekronen Päckl nicht vergessen. Rüberlaufen? Ich hätte rüberlaufen sollen. Aber Fahrstuhl auch nicht. Der jetzt auch noch. Als ob der einmal sich neugierig festkrallen muss, weil er einen Hals verliert oder was? Wenn ich aus dem Sichtfeld bin, vielleicht. Ich krieg nicht mal eins von den Fichern totgemacht. Also eins schon, aber nicht drei. Verpieseln sich ja sich wieder auch, wie die anderen. Die waren ja auch auf einmal weg, alle. Kannst du dich bitte verpieseln? Ich geh gleich in den Fahrstuhl ein. Das ist wahrscheinlich das Sinnigste. Problem gelöst. Also ich vermute mal wirklich, dass diese Viecher so ähnlich sind, wie die Pflanzen bei uns. Wenn unser Scheiß lange nicht bewirtschaftet wird und so, dann holt sich die Natur das auch zurück. Und so wird es wahrscheinlich hier auch sein. Guck mal an, was haben wir denn da? Oh, ne Waffe. So ein Waffenlager, wa? Aua. Dadurch, dass ich aber keine Munition für das Ding hab? Oder krieg ich die hier? Die mehr gibt es nicht. Wenigstens schon mal wehren. Perfekt. Oh ja, das Rätsel hab ich schon gesehen. In einem Stream. Och, och, och. Mega. Das muss man jetzt noch lösen. Das wird, glaub ich, mein letztes Feuertat. So, irgendwo ist hinten... Drehst sich hinten immer noch ein Gewinnestand und damit, ne? Ich glaub, die müssen alle leuchten. Das war durch Zufall aber leichter gedacht. Oh Gott, das war... Äh, das war durch Zufall aber leichter gedacht jetzt als... Äh, leichter gemacht als gedacht. Hab ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Das war lucky. Und da war das schon was nächstes Rätsel. Eine Etage drunter. Perfekt. Mega nice. Ach, was ich mich freue. Ich könnte es mir in meinem Gesicht wahrscheinlich gar nicht ansehen, wie ich mich freue. Äh, ist das halt die Frage? Ach Gott. Hier schon wieder? Kann ich mich einfach verpissen? Hier schon wieder? muss jetzt irgendwie nach unten kommen dass du gerade weggefahren ist ich muss rüber erstmal muss ich rüber dann das zweite ding einsetzen kann ich hier kann ich hier irgendwo speichern ich habe keine ahnung wo der auto speichert